Guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr diese Folge seht, herzlich willkommen zu den Let's Play News. Und das sind unsere heutigen Themen. Es ist wieder eine Woche vergangen, liebe Freunde, oder vielmehr zwei Wochen und herzlich willkommen bei den Let's Play TV News. Wir sind wieder für euch da, beziehungsweise der liebe Metzlitz wieder für euch da, um euch die spannenden Themen rund um die YouTube-Szene zu präsentieren. Doch vorneweg, wie üblich, meine üblichen Ansagen. Wir suchen immer noch, beziehungsweise ich suche immer noch einen Co-Moderator, auf das dieses Format wieder wöchentlich läuft. Es ist noch nicht entschieden, wenn ihr Co-Moderator, beziehungsweise wenn ihr Moderator bei den Let's Play TV News werden wollt, einfach ein Probevideo erstellen mit Queenscreen, mit Beleuchtung, mit allem drum und dran, der Sound sollte stimmen. Ihr solltet quasi das hier erstellen können, irgendwie. Und das Ganze an die Kontakt-E-Mail-Adresse von letzplay.de findet ihr da unten. Und weil ich gerade mal nett bin, nee, mach ich nicht gut. Des Weiteren, was haben wir weiterhin? Ja, wenn ihr Einsprecher werden wollt, dann schickt uns ein 10-sekündiges, ein 10-sekündiger Audio-Datei, wo ihr die Let's Play TV News präsentiert. Oder gar ein 20-sekündiges Video, mit dem ihr euren Channel promotet und damit letztendlich auch die Let's Play TV News präsentiert. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Nutzt sie, macht was draus. Es kann ja nicht schaden, außer vielleicht ein kleines bisschen Arbeit für euch selbst. Aber das macht nichts. Und bevor ich jetzt noch mehr dummen Mist hier laber, legen wir erstmal los mit den wirklichen News. Abosystem bei YouTube, da kommt es endlich. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, dass YouTube ein abopflichtiges System einführen möchte. Und heute, also Mittwoch, ist es nun soweit. Es wird vorgestellt, das Ganze heißt YouTube Red. So, was ist nun YouTube Red? Es ist, wie gesagt, quasi eine Premium-Mitgliedschaft bei YouTube. Es wird erstmal in Amerika eingeführt für gut 10 Dollar ungefähr. Aber was hat man nun davon? Ja, YouTube Red, das verspricht einem werbefreies YouTube. Olay. Dann eine ganz große Sache, auf die sehr, sehr viele warten. Wenn man das hat, dann funktioniert endlich die YouTube-App auf eurem Handy auch im Hintergrund. Warum man für so eine Funktion extra ein 10 Dollar Abo pro Monat abschließen muss, entzieht sich meiner Kenntnis. Darüber hinaus, ihr werdet Zugriff auf exklusiven Content von YouTube-eigenen Filmchen mit PewDiePie und so weiter. Die ganzen Kings von YouTube und Queens machen ein paar Mini-Filmchen. Die werdet ihr zu sehen bekommen. Ja, und vieles mehr natürlich. Es ist an sich eigentlich ganz nett. Aber, haha, natürlich, die Großen haben ein kleines Problem dabei. Denn wer auch immer YouTube-Partner ist, der hat gar keine andere Wahl, als das so zu akzeptieren, als diese Premium-Abo-Mitgliedschaft zu machen. Auf gut Deutsch gesagt. Wer es nicht macht, oder wer es nicht akzeptiert, vielmehr, der bekommt halt die Videos gesperrt. Ja, shit happens. Aber, soweit man weiß, haben schon ziemlich viele der Großen all den Kontrakt unterschrieben. Sie sehen es ein, dass es so sein muss. Sie verdienen ja auch eigentlich genug Geld bei YouTube, behaupte ich mal. Und keine Sorge, das betrifft jetzt nur die Großen. Wir kleinen YouTuber sind weiterhin davon völlig unbetroffen. Aber wann das Ganze natürlich bei uns in Europa aufkreuzt. Vielleicht erfahren wir das ja heute, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Also, Mittwoch, ich wollte gerade Donnerstag sagen. Wenn das Ganze offiziell vorgestellt wird. Wer weiß, wir werden sehen, was die Zukunft mit YouTube-Red so alles bringt. Von YouTube-Red und hauseigene Produktionen geht es direkt zum König von YouTube, nämlich zu PewDiePie. Der Gute wird ja, wie gesagt, auch bei den Minifilmen mitmachen. Und dementsprechend wird es nächstes Jahr das erste geben oder die erste Serie, die heißt Scare PewDiePie. Ja, wie das Ganze schon sagt, es geht kurz doch darum, PewDiePie zu erschrecken. Auf übelste Art und Weise. Wer den guten PewDiePie kennt, der weiß, er ist hauptsächlich mit seinen Horrorspielen berühmt geworden, die er spielt. Denn seine Reaktion auf sämtliche Jumpscares und Schockeinlagen ist einfach nur entzückend, auf gut Deutsch gesagt. So, und in dieser Serie, die dann von den Machern von The Walking Dead mitgemacht wird, also es heißt schon was, geht es kurz gesagt darum, den PewDiePie quasi in ein Real-Life-Horror-Game zu stecken und ihn damit Jumpscares, Horror-Kreaturen, Spinnen, Insekten mit allem Möglichen zu gruseln und das Ganze zu filmen. Quasi eine Reality-Show oder wer es kennt von früher, Rabe in Gefahr. Der Stefan Rabe hat sich auch immer tierisch in die Hose gemacht bei allem, was er gesagt hat und gemacht hat. Das Ganze mit PewDiePie, das Ganze nächstes Jahr. Ich glaube, allein dafür, um zu sehen, wie die den permanent die Windeln voll machen lassen, lohnt es sich, diese 10 Dollar zu bezahlen, würde ich mal behaupten. Jedem aus der Gaming-Szene sind sie bekannt, die Machinima-Movies. Was sind nun Machinima-Movies? Na, es ist ganz einfach, das sind Filme, die mit Game Engine und vor allem in Games dann erstellt wurden. Bestes Beispiel sind wahrscheinlich die Counter-Strike-Videos, die es zuhauf im Internet gibt oder auch gerade WoW-Movies. Es bietet sich einfach an. So, und wir haben unten, beziehungsweise unsere gute Kürra hat in ihrem Artikel, den unten verlinkt, und ihr sehen, tut, tut und tut. Ein paar schöne, mit keiner spezifischen Reihenfolge festgesetzten Videos ausgewählt, sage ich jetzt einfach mal. Ihr könnt euch mal angucken, was so manche Künstler vor der Kamera treiben und immer das Ganze unter dem Hintergrund, es ist mit der Spiel-Engine im Spiel erstellt. Klasse Videos, schaut sie euch mal an. Ja, PewDiePie ist zwar der König von YouTube, was seine Abonnenten betrifft, aber wenn es darum geht, am lautesten in seinem Mikrofon zu schreien, dann gibt es nur einen King. Und der hat nun die 10 Millionen Abonnenten geknackt. Die Rede ist natürlich von Marc-Edward Fischbach. Oder wie man ihn besser kennt, der Mann mit dem rosa Schnurrbach, nämlich Marke Pleier. Marke Pleier hat wie gesagt die 10 Millionen geknackt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Glanzleistung. Marke Pleier ist sehr bekannt auch durch seine Let's Plays von Five Nights at Freddy's. Ja, der Gute hat es nun mal gerade bei Horrorspielen so. Er brüllt unwahrscheinlich in seinem Mikrofon, einfach nur um seine Angst zu verbergen. Es ist wirklich ein Genuss, diesem Mann zuzusehen. Ihr müsst es euch mal geben. Und gerade für diese Meisterleistung hat er unter anderem auch einen Ehrenplatz in PewDiePies neuem Handyspiel Legend of the Bro Fist bekommen. Also, Marke Pleier, in diesem Sinne, Happy Birthday zu 10 Millionen Abonnenten. Schaut mal auf seinen Kanal rein. Vielleicht findet ihr ja bei ihm auch etwas, was euch gefällt, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Ab dem 1. Dezember dieses Jahres kommt das Spiel Just Cause 3 in die Läden. Ja, das Ganze spielt nach Just Cause 2, ziemlich direkt hinten dran an der Story. Und es wird diesmal eine kleine Überraschung geben. Es wird eine deutsche YouTube-Prominenz in den Sprechrollen vertreten sein. Der gute Erik Range alias Kronk. Ja, unser deutsches Pummelchen der YouTube-Szene hat wirklich wieder eine Sprechrolle bekommen. Das letzte Mal war meines Wissens nach, glaube ich, bei Deponia, dass er eine Sprechrolle bekommen hat bei Daedalic. Und nun wird er den Charakter Heat spielen. Leider nicht den Titelhelden, aber wie gesagt, das Sprachrohr des hauseigenen, ansässigen Diktators bei Just Cause 3. Dazu hat Square Enix natürlich gerade ein kleines Behind-the-Scenes-Video erstellt. Schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr einen Link zum Artikel. Guckt euch mal das Video an, was der gute Kronk da auf seiner Couch so alles zu sagen hat. Circa so viel. Ich habe euch gewarnt. Ihr hattet die Schnapsidee, als ihr mich angesprochen habt. Nun habt ihr den Salat. So ungefähr ist der Inhalt seiner Nachricht. Schaut mal ins Video. Viele deutsche A-Promis, B-Promis, C-Promis wollen gerne nun auch an den Erfolg von YouTube anknüpfen, beziehungsweise des Webs, und eröffnen dort natürlich auch YouTube-Kanäle. Leute, lasst es. Bringt nix. Auf jeden Fall scheiß auf die ganze deutsche Fernsehprominentzen, wie sie auch immer heißen mögen. Willkommen bei Comedy Rocket. Comedy Rocket ist ein aufregender, kleiner, was heißt kleiner, mittlerweile schon recht großer YouTube-Channel, wo wirklich astreine Comedy-Filmchen in Fernsehqualität im Netz gezeigt werden und das Ganze natürlich auch mit bekannten Internet-Stars. So Leute wie Sarazar, der Commanderkrieger oder Pete Smith haben schon bei Comedy Rocket ausgehofen bei den Filmschen. Im neuesten Film ist sogar der gute Unge zu sehen. Wenn ihr wollt, unten in der Videobeschreibung seht ihr oder findet ihr den Link zum Artikel und in diesem Artikel ist dann das Video verlinkt, vielleicht ist auch direkt das Video verlinkt. Es sind so viele Verlinkungen in diesem Satz, dass ich mich jetzt direkt zum nächsten Thema verlinke oder vielleicht sogar auch schon zum Ende dieser News. Dann greife ich mal meine eigene Verlinkung ab. Das war es doch schon, liebe Freunde, für diese Woche mit dem Let's Play TV, mit den Let's Plays.de News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Themen haltet, was ihr zu den Müllchen haltet, den ich hier labere. Und denkt, liebe Freunde, bitte dran, ich brauche einen neuen Co-Moderator, eine neue Co-Moderatorin. Ich möchte nicht mehr so sehr alleine sein. Mein Chef tritt mir schon in den Hintern. Er möchte das Ganze gerne wöchentlich haben. Man kennt ja den Michael. Gut, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zu den ganzen Themen? Nein, sehr viel YouTube heute. Magst du davon, dass die Sendung sich hauptsächlich um YouTube dreht? Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für diese Woche. Und zwar, ich bin der Metzl. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich labere heute einen Müll ohne Scheiß. Bis dahin, Leute. Macht's gut und tschüss.